und da sind wir auch wieder bei final fantasy die cd ja so wollen heute ein bisschen ist doch ich habe noch drei punkte das schöne spiel und ich habe ja auch noch ein bisschen gemacht und ich muss ja nicht jeden einzelnen kampf mit euch aufnehmen da ich probiere mich auch ein bisschen also ich habe gesehen der online mode ist noch nicht offen das kriegen wir dann wollen wir schauen auf andere sind ebenfalls auf der suche auf der suche nach einem ausweg doch das ist alles andere als spiel das noch nie oder ji gaiter anokoかなり tattei俺は高くを話すとのにな Hallo. 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 Es ist nicht so ein Kind. Ich werde es sehen. Was sind Sie? Was sind Sie? Sie sind. Warum? Woher? Natürlich. Ich will einen Weg finden. Ich bin nicht weit entfernt. Ich bin nicht weit entfernt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Na dann laufen wir der guten Meinte her, wa? Ich bin ein Mal. Ich bin ein Mal. Ich bin ein Mal. Ich bin ein Mal. Ich bin gerade von mir. Also habe ich mich auf das. Ich bin jetzt wieder. Ja, ich bin auch. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin auch erinnert. Ich bin sehr überzeugt. Dann kann ich mich für eine Anleitung? Ja, natürlich. Ah! Ich bin zuerst! Das ist die erste Gruppe, die erste Kampfgruppe? Interessant. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach hier oben, was? Mal sehen, was passiert. Gruppe A in Herausforderung wird freigestellt. Aha! Ahahaha! Ich habe mich in die Hand. Ich habe die größte Kraft, die die Welt zu retten, die der Welt zu retten. Das ist die Kraft! Das war's! Ich bin alle... Sie! Das war's für heute. Wenn ich mich verstehe, dann lass mich auf. Ich habe wieder geschlossen, oder? Was ist das? Was hast du zu tun? Ich möchte etwas probieren. Was? Hm. 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 Ich bin einig. Ich bin einig. Oh! In den Kämpfen des Storybros kannst du aus jedem Charakter auswählen, die Teile des Storysecrets sind die, die dem Kampf zu beordnen sind. Alle Charakter werden vom Flugsteuer. Okay, 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 okay. Und natürlich Curl. Ach so. Rhymex! Ach ja, hier! Seht mal, ich hab nur neue GF-Reich. Schön, das war Odi. Die Frau wird uns dafür gleich mal anfangen, ne? Das war's für mich. Fuhu, Schwerbombe Ja, okay. Okay. Niiiinnn Niiin Niiiinnn Niiiinnn Zantetsken Ich habe Odin gerufen, ey. Du hast mich verraten, Odin. Ich hasse dich. Ich habe mich verraten, dass ich mich verraten. Ich habe mich verraten, dass ich mich verraten. Ich habe mich verraten, Sephilos. Ich habe mich verraten. 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 So Leute, ich würde sagen, wir machen das fadweise. Also wir machen erst mal den einen Block, dann den nächsten Block, dann den nächsten Block. Damit wir so ein F1 immer in der Story bleiben. Das ist ein F1. Ich habe noch ein paar Minuten vergessen. Das ist ein Schock. Es war schlecht. Du bist ein Rieser. Wie ist das? Ich frage mich. Ich habe mich daran daran erinnert. Ich habe mich daran daran erinnert. Ich habe auch das. Ich bin auch. Es ist anders als vor. Wie kann ich jetzt nachdem, wenn ich zurückkriege? Ich bin ein Wettbewerb, aber ich bin ein Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb. Wer? Wer ist das? Ich bin ein Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb, ich bin ein Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb. Sieht sehr gross aus. Okay. Ich bin der Kaste, der ich bin. Ich bin der Kaste. Ich bin der Kaste. Ich bin der Kaste. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Gebet, gebet, gebet Gebet, gebet Gebet, gebet 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 Ich bin ein guter Wettbewerb, aber ich bin ein guter Wettbewerb. Das war's für heute. Das ist ja der Wunder. Da wir jetzt genug Geld haben, werde ich jetzt safe, hier unten richtig ein Eisenbach zu kaufen. Ich war hier in einem wunderschönen Bazar. Was war ja, ob ich hier noch schon gezeigt habe? Wie ist die Art der Bödie? Ausstattung von Frau Waffe. Sehr viel Rott. Mein Lieberkostüm. Ex-Ton-Reich. Ab auf 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 auf. Bis zur Reise. Ich bin nicht hier auf. Die? Die ist schon leise da. Die ist noch fetter. Die hat mehr Stil, ne? Hier kommen die. Yay. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, werde ich offline wieder ein paar Punkte sammeln und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit der nächsten Story. Haut rein!